Was findet ihr? Drasron Junge, was war das denn? Da ist jemand gestorben Irgendjemand hat was gefressen Irgendjemand muss hier zusammenreißen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT Mit am Start Gleich auf jeden Fall Jigsaw mit dabei Jetzt gerade Sven, ich, Mirko ist da Drasron ist da Und Valdor ist da Alle, natürlich Ich hab ihn bei seiner Begrüßung zu töten Ja, ich hab noch 63 Drasron ist es Oh, Jigsaw ist jetzt auch dabei Selbst wenn ich es wär, ich wär keine große Gefahr Weil ich hab 13 HP Wie hast du das Spiel angestellt? Connected gerade Weil ich die Leiter nicht erwischt hab, weil ich runtergefallen bin Jo, das könnte mir passieren Warte, ne Warte, 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 warte Warum hast du dich nicht bewegt? Okay Sven, das Waldo Du hast dich bewegt? Was du im Traitor shoppen? Nein Ich lauf dich auch die ganze Zeit rum Und hab dich gesehen wie du dich nicht bewegt hast Das ist so eine Lüge Das ist keine Lüge Ich bin echt tot Ben ich gut gegangen mit Sven Neneh, neh neh, neh neh Woh 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 Alle in ihren Devs sen Außer Waldeh, ey Er hat einfach auf Wisch geschossen Wir gucken uns das mal an, okay? Endlich wenn ich nicht mehr Mandy Rädern habe, Waldeh, bin ich gekillt Wenn ich nicht mehr die, war es, äh, wie heißt das, werden wir dann? Genau. Wie heißt das? Warte, 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 warte. Da hinten läuft jemand. Oh, hinter dir. Dras Roy. Junge, was war das denn? Da ist jemand gestorben. Irgendjemand hat mitgefressen. Irgendjemand musste hier zusammenreißen, okay. Wo seid ihr so? Ihr Pilser. Weil ich bin auf dem Turm. Der Turm? Ach da, ja, okay, ich seh dich, ich seh dich. Wo bist du? Äh, rechts von dir. Auf der Treppe. Hier. Wo? Da. Ah, ich seh dich. Ja. Äh, wer fehlt noch? Janik. Hi. Hallo. Janik, wo bist du? Ganz weit weg. Ich seh dich nicht. Das ist doof. Was macht ihr gar nicht? Der nischt auch von euch? Janik. Was denn? Wo bist du? Nein, ungescheiß. Wo bist du? Das sag ich dir auch nicht. Komm, wir müssen uns verbünden nicht, dass die Traitor kommen. Die kommen eh nicht. Oh, jetzt gibt's jetzt ein Jetpack. Ach so, ja, ich bin's. Okay. Oh, come on. Warum sagst du das? Du bist ja echt. Wo warst du? Wo warst du? Nehm dir quasi auf den Turm. Nehm dir. Waldo, du bist so ein Arsch doch, ne? Waldo ist mir einfach zuvor gekommen. Ich wollte auch grad aufs Fass schießen. Boah. Ich weggezogen bin. Ich dachte mir einfach krass, aber es ist so weg. Aber ein Fass ist auch kein Maß, um ein Traitor zu sein. Ich hab nämlich auch ein Fass explodieren lassen. Das ist mir gut daneben. Ja, vor allem, ich mach nichts. Oh Gott. Leck, leck, leck. Einfach nur ganz normal da lang. Und Svens Bruder wollte mich einfach umbieten. Hä? Nein, nein. Hä? Ich wollte... Was sagst du denn? Ich wollte... Ich hab nicht mehr geschossen. Dann hab ich einfach auf das Fass geschossen. Waldo, warst du eigentlich im Traitor-Shop da in Booty gesehen habt, oder? Ja, natürlich war ich ein Traitor-Shop. Natürlich war der da. Du schießt dich einfach ab. Ich schieß dich einfach ab. Ganz ehrlich. Ja, das... Ich wollte nämlich vorhin sagen, Waldo, das ist auf jeden Fall. Waldo, das hat ihm geholfen, indem er mich runtergeschlossen hat. Das hieß ja quasi, dass es dann... Ja, es hätte ja auch Sven sein können. Nee, nee, nee. Ich hätte das nicht sagen können. Immer wenn jemand auf einen schießt... Alter! Mit was hast du mich denn jetzt getötet? Auf ein Fass, ich hab einfach reagiert. Oh, wow. Den Fass ist es nicht. Ich hab einfach nicht geschossen. Ich konnte nicht... Also schießen wir jetzt einfach auf rote Fässer, alles klar. Ich weiß nicht Bescheid. Du bestandst neben dem Fass, was soll ich denn machen? Ja, ich hab dich nicht mal auf den Fass gesehen, also auf den Schraub geschossen. Alles klar, dann schießen wir auch sofort auf jedes rote Fass, wenn jemand in der Fass ist. Doch. Läuft. Lass mich nicht machen. What? Doch. Genau das machen wir jetzt. Es ist schon zu spät jetzt. Hier ist dein Spiel, Kinder, ey. Das hat mich so lächelt angeguckt, als Fass. Ich gucke. Die schauen mich auch alle lächeln an, ab sofort. Ich mach erstmal alle Fässer weg. Oh, Mann. Hätte ich ein Fass auf dem Boot. Ich glaube, wo das ja kommt. Ich da noch nicht runtergegangen bin. Oh, Mann ey. Das war knapp, Mirko. Hä? Was? Wir sind zusammen auf dieser Flacke rumgelaufen. Ja, ich bin ja runtergefallen. Du bist ja nicht runtergefallen. Du bist ja nicht runtergefallen. Doch, ich bin runtergefallen. Natürlich. Der Wester ist tot. Nein, das war ja noch davor. Er war preferring. Nee, das war grad die... Nein, 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 nein. Nee, ich mein die hier. Warte, warte, warte. So. Fehlen wir wieder selbst. Ich geh heute wieder am Start. Mirko, was hast du? Mirko, was hast du? Mirko, was hast du? Wir machen komisch aus. Hallo? Was? Was? Was hast du? Der Waffe sieht komisch aus. Und rassortiert auf uns. Rennt. Rennt. Zielt auch nicht. Ich hab die ganz normale. Wie heißt sie? M16. Ja, sie bleiben mir so komisch aus. Du hast bei mir im Bauch. Aber M16 kann nur Traitor kaufen. Mh, das stimmt gar nicht. Das ist sowas von gelogen. Nein, das ist so gelogen. Nein, das ist so gelogen. Das können nur Traitor kaufen. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Nein, hat den. Oh, allen, das steht da nicht. Sind jetzt schon alle tot, oder was? Ja. Haben alle gemacht. Wieso kann ich... Wie kann man... Wie kann man... Waffen wegwerfen? Was ist das? Äh, Kuh. Was finde ich? Weil du ist es? Oder bei dir ist jemand dort drüben noch? Wieso? Was habe ich denn gemacht? Der Traitorraum auf. Echt? Hä? Wo ist hier der Traitorraum? Das hätte ich jetzt aber auch gerne mal gewusst. Das wüsste ich auch gern. Oh, ich bin fast runtergefallen halt. Da hat doch die Planke war. Das ist das kleine Klohäuschen. Welche Planke? Ich meine, es gibt viele Planken. Ja, die bin nicht mehr da. Ich würde sagen, Drassron ist Traitor, weil er weiß wo der Traitorraum ist. Ja, weil ich... Weil ich gesehen habe, wie es aufgegangen ist. Alles klar. Ich habe nur das Fass eliminiert. Zur Sicherheit. Na mal, Alter. Ich habe nur das Fass eliminiert. Oh. Ein Arsch, nur das Fass eliminiert. Aua. Ich wollte dich gar nicht treffen. Sorry. Ja, ja, ja. Hä? Aber wo bist du? Ja, genau. Und dann hoch. Die Lava ist schon wie ein Bullshit. Mirko, umdrehen. Umdrehen. Ich glaube, du gerade geguckt hast. Ne? Jetzt nochmal links. Der ist hoch. Ah, ja. Okay. Wie kommt man da denn hoch? Hier, also hier unten ist eine Leiter. Also da. Und dann musst du hier nochmal einmal rum und hier ist noch eine Leiter. Ach, du kommst hier hoch. Ich bin schön, wie drei Leute in einem Ort sind. Das geht gar schief. Das macht mich. Das macht mich. Krass, Roll. Wir müssen killen. Thomas, die Lokomotive. Du hast gesehen, dass ich nichts gemacht habe. Nicht, klar. Hi, 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 hi. Was macht ihr? Was macht ihr? Ach so. Oh, Junge, ich dachte bis heute auch einmal was bestellt. Hä? Der andere sitzt da oben. Was hast du da? Was hast du da? Sag doch nichts draus, Sven ist es so. Ach, ne kleine Waffe. Okay, okay. Stimmt, bei mir hat er auch nichts in der Hand. Kann man da rüber laufen? Wie geil. Äh, ich glaube nicht tatsächlich. Sven! Sven! Das kannst du, Sven. Ja, kannst du. Sven, ich bin ein Geist. Hallo? Das geht nicht gleich. Hallo? Ich hab irgendwie Angst da so ein bisschen. Ich hab irgendwie Angst. Was? Du bist aus dem Wald, aus dem vollgewachsenen Haus. Oder schickst du? Sag ich doch, als es Waldo war und der hat den Trader schon gemacht. Ich spiel schon mit. Ich spiel schon mit. Ich beobachte die ganze Situation gerade. Von wo? Das füße ich da oben dringend auf. Wo? Von wo? Von wo? Das werde ich ganz bestimmt nicht sagen von wo. Ja, weil du Trader bist wahr? Ja, voll. Deswegen hab ich auch grad die Lokomotive von dem verwachsenen Haus da unten losgeschickt. Ja, du sagst, wenn du wo du bist, also du bist. Da unten, alles klar. Also ist er auch irgendwo oben. Komm, komm. Traitor Raum ist wieder auf. Genau Sven, das ist der Traitor Raum, wo du vorstehst. Der ist grad auf. Ja, rein, das Sven. Gib ihm. Ich bin echt drin! Ich bin drin! Es gibt doch einen zweiten Traitor Raum. Ja, aber das ist eine Verbindung. Oh mein Gott, hier sind so viele. Der andere. Einer macht beide ganze Zeit auf und zu. Ich will ja nix sagen, aber Waldo hat genau 30 Sekunden Zeit uns alle zu töten jetzt noch. Da ist einer, hört rum. Ja, der macht einfach ganz halt die Tore auf und zu von Trader. Der ist in den großen Haus-Standem. Nur noch 20 Sekunden. Mit der Verbindung. Kommt der hier rein? Das Spiel überfordert mich. Hä, wo ist der jetzt? In den verwachsenen Haus. In den großen Haus in der Mitte. Warum kann man nicht in diese Kisten hier reinlaufen? Wir verhalten sich. Wenn da irgendwas fehlt, was zu der Map noch dazugehört. Ah, okay. Oh, Scheiße. Ja, Moin. Keine Dose. Ich dachte, wir kommen irgendwie... mehr Zeichen. Das war nicht, weil du mal... Wir kommen! Aua! Ich hab echt schon eine Fake-Like-Episode und so. Wir kommen! Ja? Oh Gott. Vor allem, er steht da, guckt den Raum ab, dann geht die Tür auf. Und sagt, ne, ich hab nichts gemacht. Ja, und? Tschüss. Wäre ich grad am Waffenwechseln gewesen, hätte ich hier in den Kopf geschossen. Ja, deswegen musste ich auch schnell weg. Hm. Sonst kommt der böse Drasron und schießt mir in den Kopf. Ja. Zurecht. Oh, wie viele Leute? Drasron! Keine Minecraft-ähnliche Map. Vor paar Nacht. Wir steigern uns. Alter, Drasron, ey. Ja, bitte? Kannst du doch nicht machen, mir einfach die Bretter wegschicken. Kannst du erst exkludieren, wenn die Pölk vorbei ist. Ah, ich weiß auch nicht, ob ich die geil finden soll, die Waffe. Welche denn? Ne, Batcher. Kommt doch ein zweiter Stock, eine neue Waffe. Gehört, glaub ich, der beste Sturm gewährt. Wenn man das so lernen kann. Ist was explodiert, wenn was explodiert? Ja, das hab ich auch grad gesehen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich weiß diesmal nicht. Ha, da ist nochmal was drin. Was hat der jetzt von mir die ganzen roten Fässer eliminiert? Ja, irgendwer hat auf mich geschossen. Irgendjemand hat den Dead Ringer angemacht. Ha. Zum Beispiel versucht. Wie beide hervor die AFK rumstehen. Also du da und du da. Chicso, oder? Chicso ist es safe. Ja, Waldo, was ist los? Chicso ist es safe. Ja, ich bin's, volle Möhre bin ich's. Ja, natürlich. Wo ich auch grad so ein bisschen hin und her gewackelt hab, war ich erstmal schon im Trailer-Shop, weißt du? Ja, genau. Wie viele leben denn noch da hinten bei dem... Ich hab keine Ahnung, irgendwie... War grad jemand. Sind hier so viele tot? Weiß es nicht. Diese Kisten. Mal gucken, irgendwas fehlt hier. Das ist das Fassfallen. Au. Wer macht das? Wer war das? Ich hab keine Ziegel gehört. Ist das normal? Ich hab noch 13 Leben, Mann. Ich bin halt von dem World Trade Center da runtergefallen. Ich bin jetzt alles noch. Chigi, du bist es, oder? Sag's doch einfach. Ja, ich bin's volle Möhre. Ja, also. Irgendwie sind schon alle weg. Wollen wir russisch Roulette spielen? Au. Wie hörst du schon da jetzt? Toll, weißt du, du musst mich ja nur anschupfen. Und ich bin tot. Aua. Aua. Ja. Genau, das mag ich. Ach. Krass, Ron. Wie? Wie hast du mich abgeschossen? Ich hab dich geschossen. Keine Ahnung, du hast mich gekillt. Doch, du hast mich abgeschossen. Ich hab auf das rote Fass geschossen. Was? Ich wurde auf jeden Fall irgendwie angeschossen. Was ist... Janik? Ich hab das rote Fass angeschossen. Ja, dadurch hab ich den verloren. Und dann hast du ihn auch auf mich geschossen. Dann hast du auf mich geschossen. Ja, weil du mich fast gekillt hast. Und dann hab ich auf das... Dann hab ich auf das zweite rote Fass geschossen, ne? Weil ich dachte, weil du auf mich schießt, dass du... Dass du Trader bist. Ja, weil du auf mich geschossen hast. Und dann wollte ich einfach deine Leiche runterwerfen. Danke, weil du, danke. Weil es mir jemand anders gekommen hat. Und hat mich schon weggefallen. Das hätt ich Vicky auch noch machen müssen. Das wär ich mir dann leicht machen. Oh, Mann. Ziggy, das tut echt leid. Das ist halt echt... Nee, war doch toll. Also, ich bin den Sau auf Drassfreund. Der hat mich einfach gekillt. Ich bin ja nicht nachgefallen. Und vor allem, weißt du, Waldo tut nicht mal irgendwie Fragen oder sowas. Einfach drauf, zack. Ich find aber... Aber hat alles gut funktioniert. Dann war mein Scharf-Fail. Dann war der... War der... War der gut. Weil du mir das Schickli nicht gemacht hast. Dann hätt ich zwei machen müssen. Alter, das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Ich fand das super. Ich fand das super. Alles gut. Ja. Jetzt schießt auf mich. Wow, 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 wow. Jetzt bin ich nachtragend. Nein, nein. Nein. Oh, was ist denn? Hi. Hi. Hi, Waldo. Du bist auf der Sammlung. Du hast da so ein bisschen Blut im Gesicht. Hi. Jo, was... Was hast du mir gesagt? Nein! Janik! Warum?! Wer ist so Janik? Was? Du wirst es gewesen sein, oder? Nein, Waldo war da. Nein, Waldo hat mich nicht gekillt. Nein. Nein. Aber das war... Für die Cam war das super. Wie das raus da, Junge? Mann! Das für NDR sind die Besten. Weißt du, ich wollte Janik... Ich wollte mit der Crowbar noch runterschubsen, ne? Und er dritt einfach dann fast in die Fresse. Das Problem ist, ich hab leider schon ne Folge, die heißt, das ist seine kürzeste Runde. Ja, das wird leider grad gebrochen. Alter, Janik, jetzt muss ich mich verd... Äh... Sven, jetzt muss ich mich dabei gehen, entschuldige. Ne, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es eigentlich wirklich vorbei. Wir sind grad bei Jiki jetzt bei... Sven, wer ist der Nächste? Das könnte jeder werden. Oh Gott! Feuerheiß! Ja, Junge, Junge, Junge. Ich bin's nicht. Ich mag die Map nicht. Ich bin's auch nicht. Waldo ist das. Da ist was explodiert, aber ich bin nicht sicher. Ja, Waldo muss das halt. 100%ig. Wer, wer randaliert hier so? Waldo. Was? Das ist das... Hey, nein, nein, ich bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Ich hab Frauen, Kinder. Jetzt noch nicht, aber irgendwann. Hey, sind wir jetzt zwei Traitor, oder? Ne. Ich blick da noch nicht so ganz durch. Ich glaub nicht, oder? Äh, nicht, dass ich wüsste. Wir haben halt die Info leider nicht. Wir haben halt noch mal der Detektiv dazu. Hä? Wo ist das was? Das wüsste ich auch ganz gerne. Detektiv, wie schmeckt das? Ich bin eh... Äh, ach so. Die kann ich jede Runde spielen. Ich weiß nicht. Meine Analysen sind unentastbar. Ähm. Nein, ich bin's nicht. Du brauchst mich gar nicht so anschauen. Nein. Also... Eigentlich mal wollte... Wie bist du da hochgekommen? Ich hätt dich schon lange abschießen können. Sven, es ist... Oh Gott. Hey, fasst doch gar nicht! Ich hab nicht mal was gemacht! War Sven das wirklich schon wieder gemacht? Ja! Sven, ey! Ich hab nur ne... Rauchsanache geworfen! Du hättest ne Taube im Hand. Ne! Rauchgranate! 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 Äh, mit, äh, Waldo. Ja, ich hab... Ihr seht ihr nämlich, Leute! Vielen Dank fürs Einschalten! Sven ist halt genug! Wisst ihr ja... Bis zum nächsten Mal! Tschau! Waldo, ich hatte keine Taube! Ich hatte nur ne Rauchgranate und das Amaterasu! Und Amaterasu, so hatte ich mich ausgerüstet! Amaterasu! Ah, der Scheiße! Ich tu mir echt leid! Hallo! Wow! Ghost Rage! Oh, Mann! Heute ist kein guter Tag! Ich weiß es dir! Nee, Mann! Ich tu mir echt leid! Für mich ist es super! Oh, Mann, ey! Werbung! Hallo, Sven! Bist du auch so sauer wie ich? Ja! Warum bist du sauer? Weil ich meine Stehen nicht sehen kann! Und warum bist du sauer? Weil ich bei All-In ein krass geiles neues Spiel gesehen hab, aber ich hab kein Geld! Oh, aber deswegen muss der nicht sauer sein! Ich hab da ne Möglichkeit, Fidu, das krass geile Spiel, was du bei All-In gesehen hast, dir auch kaufen kannst! Für wenig Geld! Was? Das geht? Ja, das geht! Und zwar bei Instant Gaming! Da kriegst du Spiele für einen wesentlich günstigeren Preis als auf anderen Seiten! Und du kannst All-In dabei sogar unterstützen! Nee! Ja! Und du zahlst nicht mal mehr! Bei All-In bekommst du für jedes Spiel, was du dir kaufst, 3%! Und du zahlst nicht mehr! Das ist einfach geil! Und auch Vorbestellungen kriegst du einen Tag vorher! Und das ist einfach so geil! Ein Spiel vorher spielen, bevor es überhaupt veröffentlicht ist! Du fühlst dich wie was Besonderes! Holy Shit! Das ist so geil! Ich bin selber hier gerade! Holy Shit! Da geh ich mal direkt auf die Seite! Wo finde ich denn den Link dazu? Den Link findest du unten in der Videobeschreibung von All-In! Unter jedem Video, wo ein Joystick hinter ist! Nice! Erstmal draufklingen! Richtig nice! Gönnung! 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 Gönnung!